Das Transferkarussell fängt wieder so langsam an, sich zu drehen. Die Bayern legen vor der erste große Transfer-Coup von Christoph Freund. Der FCB holt Brian Saragossa. Was bedeutet die Verpflichtung des Außenstürmers für die Offensivkräfte der Bayern? Außerdem ein Ex-Nationalspieler könnte aus der Bundesliga fliehen und ein Ex-Wunderkind in die Bundesliga zurückkehren. Die neuesten Updates der Top-Teams der Bundesliga heute in der neuen Folge der Transfermarkt-Show. Nach dem schwarzen Donnerstag im Transfermarkt-Sommer, da waren die Bayern jetzt gezwungen zu handeln. Und das taten sie auch. Brian Saragossa kommt im Sommer an die Säbener Straße. Und unser Sport1-Chefreporter Kerry Hau hat alle Hintergründe zu diesem Deal. Ja, es ist der klassische Überraschungstransfer, mit dem niemand rechnet. Und eigentlich untypisch für den FC Bayern. Denn wenn man mal zurückblickt auf den Transfer-Sommer mit dieser wahnsinnigen Saga rund um Harry Kane oder auch João Palina, der am Ende nicht gekommen ist, dann muss man schon sagen, also das ging wirklich leise, still und heimlich im Hintergrund. Was vor allem zwei Gründe hatte. Zum einen der Spieler, der war sich sofort klar und die Vereine waren sich auch sofort klar. Also alle Beteiligten haben da schnell und zügig an einer Lösung gearbeitet. Der FC Bayern, der wird mit Bonuszahlungen um die 15 Millionen Euro für Brian Saragossa bezahlen. Und der zweite Grund, Brian Saragossa wird von seinem Vater beraten. Er wird also nicht von einer großen Berateragentur betreut. Und da ist natürlich immer die Gefahr da, dass er mal was nach außen trinkt, ein Infostand, das ein oder andere Gerücht. Und damit hat jetzt natürlich dann niemand gerechnet, weil auch alle dicht gehalten haben im Hintergrund. Und das kommt generell im Fußball, generell bei Transfers sehr, sehr selten vor. Es ist schon ein typischer Christoph-Freund-Transfer, das muss man ganz klar festhalten. Er kam ja mit der Vision und mit dem Auftrag aus Salzburg nach München, Spieler zu verpflichten, die jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat. Vor allem nicht die absoluten Top-Klubs, also junge, entwicklungsfähige Spieler, die aber schon auf diesem ganz hohen Niveau aktuell überzeugen. Also Freunds erstes großes Ding, Vertrag hat er bis 2029. Und zum Spielertyp Brian Saragossa, da haben wir ja gestern bereits ein Video gemacht, findet ihr hier, könnt ihr euch reinglicken. Der Spanier, der soll den Konkurrenzkampf auf den Außenbahnen beleben bei den Bayern. Und da sind ja mit Gnabry, Musiala, Sané, Tell und Coma schon fünf Spieler mit am Start. Das wird wahrscheinlich im Sommer nicht mehr ganz so aussehen. Und die schwerste Lage, die hat ja aktuell Gnabry-Waller einfach nicht in Form. Ja, aber die Bayern, die planen natürlich auch mit kurzfristigen Verstärkungen für ihren dünn besetzten Kader. Fokus liegt da auf der Defensive. Die höchste Prio soll laut übereinstimmenden Medien berichten. Natürlich die Innenverteidigung haben. Thomas Tuchel will da in der Defensive unbedingt nachlegen. Ja, aber ein Faktor, der eben auch für die Bayern das sowieso schon komplizierte Wintertransferfenster nochmal erschwert, ist der Asien- und der Afrika-Cup. Bei den Bayern selbst fehlen da ja schon Masraoui und Kim. Ja, und das ist natürlich bei vielen Top-Teams ebenso der Fall. Die Münchner haben wohl ein Auge auf Mukiele von PSG geworfen. Der kommt da nicht so richtig zum Zug. Aber vor ihm, da steht Aschraf Hakimi und der ist eben mit seinem Land beim Afrika-Cup vertreten. Heißt, Mukiele muss ihn eben in diesem Zeitraum ersetzen. Das wird wohl nichts mit diesem Transfer. Ja, gleiches Spiel bei Leihspieler Stanisic. Der ist ja im Sommer von den Bayern zu Leverkusen verliehen worden. Aber da so absolut gar nicht glücklich mit seiner Reservistenrolle. Muss sich hinten anstellen, hinter Kosounou. Und der ist ja beim Afrika-Cup vertreten mit der Elfenbeinküste. Und der Werkself, der wird noch ein weiterer Innenverteidiger fehlen. Auch Tabsoba ist mit Burkina Faso da am Start. Ja, besser könnte es für die Bayern in Spanien laufen. Anao Martinez, auf den haben sie ein Auge geworfen. 20 Jahre ist er jung, Innenverteidiger, kann aber auch rechts spielen. Und spielt aktuell beim FC Girona, dem Überraschungsteam in La Liga, stehen aktuell auf Tabellenplatz 2. Sein Vertrag, der läuft noch bis 2025. Laut übereinstimmenden Medienberichten kann der sich aber auch sehr gut eine Rückkehr zum FC Barcelona vorstellen. Für den Verein war er in der Jugend mal aktiv gewesen. Und auch bei Bayer Leverkusen, da soll er auf dem Zettel stehen. Er wäre so ein klassischer Christoph-Freund-Transfer. Jung, entwicklungsfähig und mit ganz viel Potenzial. Laut Sportbild sind die Bayern aber auch an Clement Longley interessiert. 28 Jahre ist er alt, aktuell ausgeliehen vom FC Barcelona in die Premier League an Aston Villa. Und hat bisher kein einziges Premier League-Spiel bestritten. Also auch absolut gar nicht zufrieden mit seiner Rolle, die er da spielt. Der könnte ein Backup-Innenverteidiger sein, hat 50 Einsätze in der Champions League, bringt also eine Menge Erfahrung mit. Laut TZ gibt es aber von den Bayern auch Interesse an Jeremy Frimpong von Bayer Leverkusen. Der wäre allerdings nicht im Winter verfügbar, wäre also dann, wenn überhaupt, erst was in Richtung Sommer. Und Holding Sticks natürlich auch immer ein riesengroßes Thema beim FC Bayern. Da wäre man aber auch zufrieden, sich erst im Sommer so ein bisschen neu aufzustellen. Da ist der Druck jetzt nicht ganz so enorm. Und da hat man aktuell nicht mehr Palinja im Fokus, sondern Martin Subimendi von Real Sociedad. Der hat eine Ausstiegsklausel und die würde bei 60 Millionen Euro im Sommer liegen. Ja und was macht eigentlich der BVB? Bitteres Pokal aus und schon 10 Punkte hintendran im Meisterschaftsrennen. Und das noch vor der Winterpause. Aber die Dortmunder, die planen jetzt offenbar einen ganz spektakulären Coup. Kehrt der verlorene Sohn, kehrt Jadon Sancho tatsächlich zurück zum BVB. Er spielte ja schon zwischen 2017 und 2021 für Schwarz-Gelb und würde unseren Informationen zufolge wahnsinnig gern zurück zu Dortmund wechseln. Der BVB hat am Anfang noch nicht auf einen Transfer gedrängt, beziehungsweise hat noch kein Interesse bekundet, an Jadon Sancho ihn zurückzuholen. Allerdings kommt jetzt ein bisschen Bewegung ins Spiel, weil Daniel Mahlen auch gerne wechseln würde. Hat die Berateragentur gewechselt, ist beim BVB unzufrieden. Unser Lieblingsziel wäre demnach auch England und die Premier League. Also vielleicht bahnt sich da auch schon im Winter ein spektakuläres Tauschgeschäft an. Aki Watzke schließt Wintertransfers nicht kategorisch aus. Er meinte aber, es sei auch nicht zwingend notwendig. Also Manni Sedlbauer, vielen Dank. Unser neuer BVB-Reporter, der versorgt uns ab jetzt mit allen News und Hintergründen zu Borussia Dortmund. Ja, und apropos Rückholaktion. Das hat ja bei RB Leipzig keine Früchte getragen. Stichwort Timo Werner. Der ist nur Stürmer Nummer 4, nur Reservist und natürlich dementsprechend überhaupt nicht zufrieden mit seiner Rolle. Es ist ja immer das Witzige, dass ich dann hier vorne sitze und die Medien mir Fragen stellen über Medienberichte. Also wer vom Verein hat das gesagt oder hat eine Aussage dazu getätigt, hat eine Freigabebestätigung gegeben. Timo ist unser Spieler. Timo ist ein Top-Spieler. Timo hat eine schwierige Saison. Timo wird wertgeschätzt im Kader, wird wertgeschätzt vom Trainerteam, wird wertgeschätzt vom Verein. Aber es gab niemanden vom Verein, der in irgendeiner Form über einen Wechsel, über eine Freigabe oder derartiges gesprochen hat. Ja, und Zuwachs wollen die Sachsen aber auch noch im Winter. Laut Trainer Marco Rose suchen sie jemanden für die Außenbahn, so einen richtigen Eins-gegen-eins-Spieler für die Flügel. Ja, und das Überraschungsteam der Hinrunde, der VfB Stuttgart, der macht sich wohl offenbar Sorgen um einen zeitnahen Abgang von Top-Torjäger Girassi. Nach dem Einzug ins Viertelfinale im Pokal gegen Borussia Dortmund am Mittwoch hat er sich das Mikrofon geschnappt nach dem Spiel vom Stadionsprecher und hat die Fans gelobt. Die Stimmung war wie immer top. Vielen Dank für alles, sagte Girassi in der heimischen Stuttgarter Arena. Das hört sich ja so ein bisschen wie warme Worte zum Abschied an, soll es aber nicht gewesen sein. Dennoch ist ein Winterabgang von ihm nicht ausgeschlossen. Ja, denn jede Menge Premier League Teams, die sollen heiß auf ihn sein. Manchester United, Newcastle und zuletzt gab es auch Gerüchte um ein Interesse von West Ham. Aber auch in Italien, da hat man schon Auge auf ihn geworfen. Die AS Rom und der AC Mailand sollen Interesse bekundet haben, laut BILD. Ja, und er selbst kann sich laut des Platz einen Wechsel im Winter auch bereits vorstellen. Sein großer Traum, das ist die Premier League. Der 27-Jährige, der spielt ja aktuell in Stuttgart die Saison seines Lebens. Wettbewerbsübergreifend 18 Tore in 13 Spielen. Ja, und dank einer Ausstiegsklausel von 17,5 Millionen Euro kann er die Stuttgarter auch schon in der kommenden Transferperiode verlassen. So, was meint ihr? Welchen Bundesliga-Transfer wünscht ihr euch für diesen Winter? Welcher Spieler sollte euren Verein verlassen? Welchen Wechsel, welchen Neuzugang wünscht ihr euch für euer Team? Schreibt es mal rein in die Kommentare. Das war es für heute von der Transfermarktshow. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.